Wenn Sie mal mit einem Satz sozusagen das, was Sie als einen für Sie, den interessantesten bisher in Ihrer Arbeit, interessanten Missstand in Deutschland gesehen und gesehen haben und ganz knapp und kurz, vielleicht in zwei Minuten, welchen Lösungsvorschlag Sie nämlich eigentlich vorschlagen. Ja, ich meine, jetzt im Zusammenhang mit dem ökonomischen bzw. sozioökonomischen System, der Vorschlag, was ich gemacht habe, was Sie gelesen haben, also mit dem Grundeinkommen, das Ziel ist, die Lasten dieser Gesellschaft gemäßt der Leistungsfähigkeit des einzelnen Bürgers zu verteilen. Ja. Weil momentan ist das so, dass das soziale System in Deutschland wird total ungerecht finanziert. Das heißt, die hohen Einkommen werden nicht vollständig herangezogen, sodass die mittlere und untere Einkommen voll für die Finanzierung des sozialen Systems herangezogen werden. Richtig. Während die hohen Einkommen nicht. Will der Milliardär und der Millionär, wollen die beide auch eine bessere Gesundheitsversorgung, ein gesünderes Leben, auch eine bessere Lebensqualität? Wollen sie weniger von RAF entführt und getötet werden, von Entführern wie bei Aldi oder sowas entführt werden oder so? Wollen sie geschützt sein und sicherer sein und auch geschützt sein vor Kriegen und Terroranschlägen, die ja auch genauso auch mal einen Milliardär treffen können, ja? Dann müssen sie den Preis dafür mitzahlen, dass wir auch die Schere zwischen Arm und Reich ein klein wenig schließen, sodass das sozusagen die unten nicht Menschen sind, die so gestresst sind und so leiden und so viel Angst vor Arbeitslosigkeit haben oder Angst vor allem Möglichen haben, dass sie potenziell auch gefährlich werden können, sondern wir müssen eine Versöhnung in der Gesellschaft erzeugen, die also quasi dazu führt, dass vielleicht der Milliardär vielleicht eine Milliarde weniger hat oder so und der Millionär vielleicht mal die eine oder andere Million weniger hat, aber dafür belohnt wird mit mehr Lebensqualität, mit mehr Gesundheit und mit mehr Sicherheit, ja? Und dafür sollte er gerne bereit sein, diesen kleinen Preis zu zahlen. Ich weiß es nicht, ob der Milliardär oder der Millionär auf diese Straße zunächst gehen wird, aber wenn man ihm das klar macht, wie viel Wert ist das, wenn man in einer Gesellschaft miteinander friedlich lebt, das ist das Anliegen sozusagen jeder Gesellschaft. Und deshalb muss man solche Systeme wählen, die an dieses Ziel uns heranführen, und möglichst alle. Genau. Und ich meine, vollständig alle werden wir das hier nicht hinkriegen, aber die Anreizsysteme, die in unserem sozioökonomischen System diese Anreizmöglichkeiten dieses System anbieten, müsste in diese Richtung führen. Und ich glaube, der Milliardär und der Millionär ist so vernünftig, dass er sofort einsieht. Und wie müsste das aufgebaut sein, so ein Anreizsystem, was so funktioniert, dass auch der Milliardär darauf anspringt? Ja, wenn er von vornherein sieht, dass er in einer Gesellschaft lebt, wo er nicht extra Securities braucht, wo er auf die Straße gehen kann, ohne Sorgen zu haben und so weiter, dass jemand ihn umbringt, jemand ihn beraubt und all das. Genau. Also das ist die Folge eines Systems, wo die Zufriedenheit der Gesellschaft der meisten Leute da ist, und da kann der Milliardär und der Millionär sehr gut damit leben. Also er muss aber seinen Beitrag dazu leisten. Und gleichzeitig... Jeder Mensch, egal wo er geboren ist, will nicht nur leben in dem Moment, wo er geboren ist, er will gesund leben, und er will auch gut leben. Und genau das muss das System leisten. Leben, gesund leben und gut leben. Nach der Auffassung des Einzelnen. Und wenn man das System so gestaltet, dass von vornherein jeder, der auf diese Welt kommt und so weiter, die Sicherheit hat, ich bin ein Mensch und ich kann leben. Deshalb brauchen wir das Grundeinkommen. Das Grundeinkommen hat die Eigenschaft, dass man von diesen Existenzängsten zunächst die Leute wegbringt. Und dann behaupte ich in diesem Zusammenhang, dann entfaltet jeder Mensch solche Initiativen, wie mache ich das für mich noch besser. Weil in dem Moment, wo ich sicher bin, wenn ich morgen früh aufstehe und nicht darüber nachdenke, Mensch, was habe ich heute zu essen, was kriege ich, sondern wenn man das ihm gegeben hat, diese Sicherheit gegeben hat, dann wird jeder Mensch Initiative ergreifen, neue Ideen haben und so weiter und wird die Gesellschaft weiterbringen. Und sich selber auch. Ganz genau. Und genau das bedeutet eben auch, dass der Mensch sozusagen nicht von Angst in Panik getrieben, hektisch reagiert und vielleicht kriminell wird oder aggressiv wird, gewalttätig wird, sondern dass er entspannt ist und sagt, wie kann ich mir jetzt sozusagen noch mal ein Zubrot verdienen, einen noch schöneren Urlaub aus Freude heraus, aus Entspanntheit heraus und wie kann ich mich noch nützlich machen in der Gesellschaft, dass ich noch mehr Anerkennung gewinne, aber nicht aus einer Angst und einem Stress und einem Genervtsein von irgendwelchen Arbeitsamtmitarbeitern. Und das zweite Gedanken, den ich noch sagen muss, was ganz klar mit den anderen Professoren einhergeht und genau mit denen übereinstimmt, ist die Grundidee, die Sie auch geäußert haben in Ihrem Text sozusagen, dass nämlich wir dann ganz viel von diesen unheimlich aufwendigen Bürokratien, dass wir diese Leute, die wir händeringend in der Wirtschaft bräuchten, dass wir die endlich, auch die Beamten, dass die dann entliehen werden in die Wirtschaft, weil dort geschehen die Innovationen, die über die Zukunft Deutschlands entscheiden und nicht in den Behörden. Wir müssen über Horden gesund schrumpfen und die Bürokratie runterfahren und müssen den Leuten, wir dürfen auch keine Reaktanz auslösen, denn wenn Sie einen Arbeitsamtmitarbeiter unfreundlich behandelt im jetzigen System, dann entwickelt der Kunde eine Reaktanz, er wird trotzig und sagt, jetzt mache ich gar nichts mehr. Und das müssen wir vermeiden. Es ist richtig, was Sie sagen, also wenn man ein solches System entwickelt und ich bin davon ausgegangen, absichtlich davon ausgegangen, was wir heute als Bürger dem Staat jährlich von unseren Leistungen zur Verfügung stellen. Das ist ungefähr 1,4 Billionen Euro. Das sind 1.400 Milliarden, richtig? Ja. 1.400 Milliarden. Wenn ich das zugrunde lege und das angucke, wie heute das zustande kommt, das ist total ungerecht in unserer Gesellschaft. Und da muss man die Leute motivieren, denen Informationen geben, wie kann man das besser dem Staat zur Verfügung stellen, aber die Lasten müssen gerecht verteilt werden. Ja. Das heißt, jeder nach seiner Leistungsfähigkeit muss dazu beitragen. Ja. Und ich behaupte zum Beispiel, mit diesem Grundeinkommen, erstens werden wir das Problem, die Motivation, dass Leute auch mehr Kinder bekommen. Wir haben das Problem, das ist das demografische Problem, wenn man von vornherein die Familie unterstützt mit einem solchen Grundeinkommen, jedes Kind das bekommt, dann haben wir einen Nebeneffekt, dass wir ohne Probleme mehr Kinder in unserer Gesellschaft bekommen. Und was sagen Sie zu der Idee, dass die hier auch von einigen Professoren sozusagen wir so verstanden haben, jedenfalls die Idee, erstens zwei Ideen, möchte ich Ihnen nochmal sagen. Die anderen Professoren haben uns so angeregt, das so zu sehen, dass wir auch ganz klar sagen müssen, wir müssen die Gesellschaft umgestalten, wir müssen die Schere zwischen Arm und Reich kleiner machen, es muss ein Stück weit gerechter alles werden, und weil das auch ein Stück Lebensqualitätsfaktor für den Milliardär und Millionär ist, er kann sich frei bewegen, ohne Security und alles, aber wir dürfen natürlich auf keinen Fall den Spaß an der Leistung und den Wunsch, nach etwas zu leisten und innovativ tätig zu sein in der Wirtschaft, den dabei nicht bremsen. So weit dürfen wir nicht gehen. Ja, genau das ist der Punkt. Genau. Also, wenn man die Gesellschaft so motiviert, dass jeder Einzelne innovativ wird, und zwar aus eigenem Interesse, dann haben wir viel mehr in unserer Gesellschaft. Wir waren gewesen beim Kinderkriegen, gell? Ja. Kinderkriegen. Dazu muss ich Ihnen sagen, was wir... Alle Reiche für mehr Kinder bekommen, Und das sehen wir genauso, aber ich sage Ihnen einen kleinen Unterschied, den bis jetzt uns die Professoren angeregt haben. Wir haben nämlich festgestellt, dass mittlerweile sehr viele Professorinnen, aber auch sehr viele Akademikerinnen, lebenslang kinderlos bleiben. Und das darf nicht so bleiben. Und deswegen haben... Richtig. Moment wieder. Das geschieht deshalb, weil die Gesellschaft diesbezüglich kinderfeindlich ist. Richtig. Genau, weil die Arbeitsbedingungen kinderfeindlich sind. Als die Sozialversicherung, Rentenversicherung eingeführt worden ist in Deutschland in den 50er Jahre, der Andenauer, der dies eingeführt hat, wurde gesagt, er wurde gefragt, ja, aber das setzt voraus, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt, sich vermehrt. Und er sagte ironisch, dieser Satz ist dokumentiert. Damals, der Andenauer hat gesagt, ja, Kinder kriegen die Leute immer. Ja, das war der große Fehler. Das war der große Fehler. Denn ich darf gerade noch mal weitersagen, was unser Modell ist, was wir hier intern diskutieren. Allerdings, das ist zwar inspiriert durch die vielen Professoren, steht aber nicht fest, weil das mehr unsere Laienmeinung ist, sozusagen. Wir sagen nämlich so, das, was Sie vorhin gesagt haben, wir geben den Menschen durch unsere neuen Anreize in der Gesellschaft oder, und, oder durch das bedingungslose Grundeinkommen, geben ihnen die Würde zurück. Wir geben ihnen die Chance, sich wieder als wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu fühlen und dadurch mal den Bierkasten zuzulassen oder wegzustellen und von der Couch wieder aufzustehen, weil sie die Würde haben, weil sie sich wieder als richtiges Mitglied der Gesellschaft fühlen und nicht als der unterste Rand der Vergessenen, sozusagen. Und diese Menschen müssen wir gewinnen als, als, jetzt passen Sie auf, als Kindersekretärinnen und Kindersekretäre, die der Staat kostenlos einer Professorin oder Akademikerin oder hochqualifizierten Frau zur Verfügung stellt, völlig kostenlos, wenn sie ein Baby bekommt. Und dann wird am Arbeitsplatz, wird gearbeitet, entweder mit Videokameras oder mit Wänden und dann stillt sie zum Beispiel ihr Baby während der Arbeitszeit und spricht in der Konferenz mit per Video oder hinter einer Wand, sozusagen, wo nur ihr Kopf sichtbar ist und so weiter und nimmt an der Arbeit teil oder die Kindersekretärin oder der Kindersekretär übernimmt das Kind und da entsteht mit der Zeit vielleicht ein eigener Betriebskindergarten. Und das heißt, der Unternehmer, der Unternehmer, der wird jetzt sagen, ja gut, die Frau hat jetzt immer ein Baby dabei, also so richtig hundertprozentig leisten wird sie nicht mehr können. Dann sagt der Staat, dann sagen sie uns, wie viel Ausgleichszahlung der Staat leisten muss, damit diese Mitarbeiterin für sie auch immer noch ein Kostengewinn ist, also ein kostenmäßiger Gewinn ist und sie nicht die Tendenz haben, sie rauszumobbern, sozusagen. Das alles, was ich jetzt erzähle, ist für mich unwahrscheinlich mit Bürokratie verbunden. Ja. Ja, Moment. Und deshalb sage ich mit dem Grundeinkommen, in dem Moment, wo das Baby in die Welt kommt und hat die Mutter und der Vater haben sofort tausend Euro im Monat für dieses Kind, dann sind viele Probleme automatisch gelöst. Genau, da muss man vielleicht, da muss die Mutter vielleicht gar nicht mehr arbeiten. Wenn man anfängt wieder, dann Vorschriffe zu machen, was und und und, dann blönt man wieder die Bürokratie auf und so weiter. Aber wenn ich den Leuten diese Einkommensmöglichkeiten gebe, alle diese Dinge, die erforderlich sind, selbst zu initiieren und in der Lage zu sein, sie zu finanzieren. Ich möchte, dass der Bürger die Sache in die Hand nimmt und entsprechend handelt. Deshalb, dieses, was wir vorhin diskutiert haben, Grundeinkommen bedeutet Freiheit für den Einzelnen und gleichzeitig wird er Innovator für sich selber und dementsprechend auch für die Gesellschaft. Und noch was, ich weiß, die Gegenargumente ist bezüglich, viele sagen zu mir, wo wird dieses Geld herkommen. Ja, genau. Und das ist einfach. Ich habe gesagt, ich habe zugrunde gelegt, was momentan unsere Stadt von uns Bürger nimmt. 1,4 Billionen Euro. Mehr nicht. Das reicht vorne und hinten für all das, was ich gesagt habe, zu finanzieren. Also da sind wir uns völlig einig. Aber durch eine Umverteilung der Lasten. Genau. Weil heute, dieses Geld bringen am meisten sozusagen diejenigen, die zwischen sagen wir, 25.000, 30.000 und 90.000 verdienen. Ja, das habe ich alles verstanden. Alle große Einkommen bleiben von diesen großen Finanzierungen draußen. Ja, das habe ich alles gelesen und da sind wir uns auch absolut einig, die Finanzierung dürfte überhaupt kein Problem sein, wenn der Wille da ist, wenn das Verständnis da ist. Ich habe mit Politiker diesbezüglich gesprochen, die auch sozial denken oder von sozialen Parteien her kommen. Ich bin immer noch bei der Kinderproblematik, weil da waren wir noch nicht fertig und Frau Stetzer hat eben, sagen Sie mal was dazu, Sie hatten eben angedeutet, dann kann nämlich die Mutter auch zu Hause bleiben. Genau, also dieses Modell, was Sie vorgeschlagen haben, dass die Mutter dann bei der Arbeit stillt und in diesem ganzen Arbeitsleben drin ist und dass so eine Verwischung gibt irgendwie von Privat und Arbeit, das finde ich, ist nicht so eine gute Lösung. Dieses, das Grundeinkommen jetzt als Existenzsicherung gibt mir ja die Freiheit, selber zu entscheiden, muss ich jetzt unbedingt noch zusätzlich arbeiten oder kann ich nicht auch einfach zu Hause bleiben und mein Kind da aufziehen oder mich um mein Kind kümmern. Genau, also es ist mehr diese Entscheidungsfreiheit, die ich, die, genau, die da, das wäre ja auch im Sinne des oder der Ideen, dass man eben durch eine Korrektur der Demokratie oder des demokratischen Systems erreicht, dass es einen positiven Anreiz hat. Also in der Professorenvorschlagsliste darf ich gerade noch kurz ergänzen, in der Professorenvorschlagsliste sind ja auch sehr viel psychologisch versierte Professoren sozusagen und was antworten Sie jetzt aber, Frau Stetzer und Herr Professor, was antworten Sie beide jetzt, wenn dann gesagt wird, was machen Sie denn mit den Frauen, die sozusagen aber unbedingt arbeiten wollen und die sich dann doch noch sich eigentlich gegen das Kind entscheiden und wenn Sie Teilzeit arbeiten, was machen Sie dann mit den vier Stunden, die die Mutter ständig ein schlechtes Gewissen hat? Es gibt ja Teilzeit, es gäbe ja zum Beispiel Teilzeitmöglichkeiten, ich und eine andere Frau, die auch ein Kind hat oder die überhaupt das Arbeitsmodell dahingehend aufzulösen, dass es flexibler ist und man genau, den anderen Teil macht dann eine andere Frau. Genau, die Kinderbetreuung übernimmt diesbezüglich, okay, ich verstehe die Argumentation von Ihnen, aber ich sage Folgendes, warum lassen wir den Menschen, die Mutter, die Frau nicht selber entscheiden? Und die Frau wann entscheidet von alleine, wenn sie diese Last der Finanzierung nicht hat? Wenn man ihr diese Möglichkeit gibt, dann entscheidet die für meine Begriffe vernünftig. Was halten Sie davon? sich selber und für die Gesellschaft. Richtig, ich kann es nachvollziehen, also nochmal Frau Stetzer, ich habe es hoffentlich richtig verstanden, dass Sie sagen, dass zum Beispiel bei einem Teilzeitmodell die Mutter zum Beispiel beide Kinder, die Kinder der beiden Mütter betreut und dann geht sie arbeiten und die andere Mutter betreut die beiden Kinder auch der anderen Mutter, die jetzt arbeitet zum Beispiel, ja? Dann wäre das doch ein gutes Modell. Habe ich das richtig verstanden? So, das wäre ein Modell, was denkbar wäre, ich meine das eigentlich unabhängig voneinander. Einfach, dass es eben dazu gehört, ja, um in Teilzeit, erstmal ist ja, ich muss in Teilzeit auch die Möglichkeit haben, Karriere zu machen. Das ist ja schon ein großer Schritt, der noch nicht da ist. Deshalb sind die ganzen Akademikerinnen ja auch kinderlos, weil die natürlich, man kommt ja nur an die Spitze, wenn man da auch viel Energie und Zeit investiert. und dahingehend müsste sich das ja erstmal verändern. Das ist ja jetzt unabhängig von Kindern. Gut, aber lassen Sie mich nochmal so sagen, Herr Professor, also was ich jetzt, Sie gewinnen mich nach und mehr, obwohl ich ja hier, ich habe ja nichts zu sagen, aber Sie gewinnen mich nach und nach für das Grundeinkommen, weil wie wäre es denn, wenn wir beides kombinieren würden? Das Grundeinkommen und eben die Tatsache, dass zum Beispiel eine Professorin oder Akademikerin in der Zeit, in der sie ein Baby betreut, keine Steuern zahlt und eben diese Unterstützung hat, denn, denn, wie gesagt, das Grundeinkommen bekommt derjenige, derjenige, der kein Einkommen hat. Das Grundeinkommen ist auch ein negatives Einkommen für denjenigen, deshalb kriegt er, in meinem Modell ist das brutto 15.000 Euro im Jahr. Jede Person. In dem Moment aber, wo eine Person anfängt zu arbeiten und Geld zu verdienen, diese 15.000 Euro sind steuerfrei. Für jede Person, der arbeitet und Einkommen hat. Und das andere, das negative Einkommen, in dem Sinne, wo ich keine habe, bekomme ich. Wenn ich nicht arbeite, aus welchen Gründen auch immer, ich habe Anspruch auf dieses Grundeinkommen. In dem Moment aber, wo ich arbeite, ich habe die ersten 15.000 Euro, die ich verdiene, steuerfrei. Ah, okay. Ja, und unsere Modelle hätte die Professoren... Frau Stetzer, wenn Sie möchten, lesen Sie meinen Beitrag, damit auch das Ganze vor Augen geführt wird. Also, dieses Grundeinkommen bedeutet, das Grundeinkommen bedeutet, das kriegen nur diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer arbeiten können. So, in dem Moment, wo ich arbeite und Geld verdiene, die ersten 15.000 Euro, die mir gehören, sozusagen, als Grundeinkommen, sind steuerfrei. Ab dann beginnt, und deshalb habe ich eine Progression eingebaut, die erste 30.000 sozusagen, wenn jemand verdient, dann zahlt er alles, die 15.000 sind, und dann 20% für die 15.000. Und dann die zweite 30.000 werden mit 30%. Okay, je höher das zu mehr. Maximal kommen wir bis 70% und diese Geschichte reicht aus, um alles finanzieren zu können. Okay. Ja, und unser Vorschlag war ja jetzt, ich stelle noch mal die ganze Finanzierungsprobleme mit angesprochen. Ich stelle noch mal die Gretchenfrage, ich stelle noch mal die Gretchenfrage, was machen Sie, was sagen Sie der Professorin, die sagt, und der Akademikerin, die sagt, in den Führungsetagen und so weiter, was sagen Sie ihr, wenn sie sagt, ich will mir aber auch im Leben den Spaß gönnen, Karriere zu machen. Und deswegen entscheide ich mich dann eben doch gegen Kinder. Was sagen Sie ihr? Gegen Kinder? Ja, nee, ich meine, gucken Sie doch mal, 50% aller, 50% In der Zeit, in der Zeit, wo ich Karriere machen will, wo ich mich ausbilden will und so weiter, sind die Kinder mehr im Wege. Ja. Das ist die Begründung dann. Ja. Und was sagen Sie ihr? Und wenn ich jetzt diese im Wege sein beseitige, dann hat diese Frau das Argument nicht mehr. Ja, aber das Grundeinkommen bedeutet nicht, dass sie Karriere macht. Das meiste Problem, was die meisten Frauen, ich behaupte, 80, 90% der Frauen, die Mütter werden wollen, das Problem ist, wie finanziere ich ein Kinderkita und eine das und jenes, wie kriege ich meine Kinder unter? Das kriegen wir durch das Grundeinkommen gelöst. Ja, genau. Das Problem hätten wir durch das Grundeinkommen vom Tisch. Ja, das ist gelöst. Perfekt. Aber was machen Sie mit der Akademikerin? Wir haben vier Kinder bekommen zusammen und meine Frau hat sich entschieden, sie war Kinderlehrerin, Kindergärtnerin, hat sich dann nach dem zweiten Kind entschieden, zu Hause zu bleiben. Genau. Aber nochmal die Gretchen fragen. Aber die war die Frau eines Professors. Ja. Aber jetzt nochmal die Gretchen. Sie abgesichert. Wie viele Frauen haben einen Professor als Mann? Frau Stetzer, Frau Stetzer, was sagen Sie, der Frau, die sagt, ich bin Professorin, 50% meiner Kolleginnen sind lebenslang kinderlos oder ich bin Akademikerin in einem Betrieb und 40% meiner Kolleginnen bleiben lebenslang kinderlos und deswegen ich weiß genau, wenn ich Karriere machen will, muss ich auf Kinder verzichten und ich will mir einfach den Spaß gönnen, Kinder zu bekommen und deswegen schiebe ich mal mein Kinder kriegen weit hinaus. Manche lassen sogar ihre Eizellen einfrieren, um dann möglichst mit 50 oder 60 noch ein Kind bekommen zu können, was sehr bedenklich ist aus medizinischen Gründen in Wirklichkeit, wenn es nicht ein Geschäft ist sozusagen. Also Frau Stetzer, was sagen Sie jetzt ganz klar dieser Frau, wie wollen Sie es ermöglichen, dass sie Karriere und Kind verbinden kann? Dazu müsste sich das System ändern. Ja, aber wie? Dazu müsste sich das so ändern, dass ich meinen Alltag so gestalten kann, dass ich zum Beispiel nur vier Stunden arbeite und die anderen vier Stunden für die Familie habe und dass ich in den vier Stunden die Arbeit, dass das so verteilt ist, dass ich da dann eben in diesen vier Stunden auch das leisten kann, um Karriere zu machen, dass das ausreicht. Was sagen Sie jetzt der Mutter, wenn sie sagt, in diesen vier Stunden vermisse ich mein Baby und leide schrecklich, weil ich mir als schlechte Mutter vorkomme in den vier Stunden? Dann muss sie Kinder kriegen und zu Hause bleiben und auf die Karriere verzichten. Warum stehen Sie so ablehnend dem Vorschlag gegenüber aus, der Mutter einfach eine Kindersekretärin an die Seite zu stellen? Weil die Kindersekretärin, ich finde diese Kindersekretärin, das ist jetzt ein ganz persönliches Ding. Ich wollte keine Kindersekretärin haben. Also das ist jetzt eine persönliche Meinung. Aversion. Mir wäre als Frau wichtiger, dass ich mit meinem Kind was unternehmen kann und dass das getrennte Bereiche sind. Ich finde diese Vorstellung, dass stillende Mütter in Büros sitzen und Kinder, also Babys in Büros aufwachsen, das finde ich furchtbar. Das ist eine persönliche Aversion. Darf ich jetzt als Ökonom eine Idee hineinbrechen? Ja. Ich behaupte, Frau Stetzer, als Frau können Sie das bestätigen oder nicht, die Mehrheit der Frauen wollen gerne Mütter werden. Ja, das glaube ich auch. Also das kann man statistisch nachweisen. Das heißt, die Mehrheit der Frauen wollen dieses Muttergefühl haben. Ja. So, und die Frage ist jetzt, wie bewertet eine Frau diesen Nutzen. Genau. So kann man ja, so, und jetzt ich als Ökonom bin ich da immer daran gewöhnt, in Opportunitätskosten zu denken. Was gewinne ich, was verliere ich? Und wir Ökonomen sagen, eine vernünftige Entscheidung ist, wenn das, was ich gewinne, im Vergleich zu dem, was ich verliere, mehr ist, dann entscheide ich dafür und dann entscheide ich auch vernünftig für mich und für die Gesellschaft. Und warum soll man den Frauen in diese Entscheidungsmöglichkeiten wegnehmen? Also, mit meinem Grundeinkommen will die Frau unterstützen, dass sie dieses Muttergefühl, also diesen Nutzen, Mutter zu sein oder Mutter zu werden, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, was verliere ich? Und jetzt verlieren sehr viele Frauen einkommen und bleiben arm. Mit meinem Grundeinkommen will ich diese Armut weg haben. Ja, da sind wir alle einig. Aber Sie vergessen die Professorin und die Akademikerin. nicht die Frauen bevormunden. Genau. Warum mit dem Grundeinkommen gebe ich der Frau diese Entscheidung, echte Entscheidung für sich zu treffen? Und ich behaupte, das ist für die Gesellschaft auch optimal, wenn die Frauen selber entscheiden. Ja, aber es ist ja eben nochmal, wenn ich, die finanzielle Absicherung ist das eine, und dann ist ja auch, dass die fachliche, also, oder die berufliche Weiterentwicklung, die ja, wenn, oder so wie es jetzt in der Gesellschaft ist, ist es ja eher so, dass dann die Frauen oft eine Pause machen und dann eben aus diesem Grund, aufgrund dieser Pause, dann später gar nicht mehr in diese akademische Laufbahn reinkommen, weil da einfach zu viel Pause war, sage ich jetzt mal. Die Idee ist ja dann, dagegen zu steuern und zu sagen, die Pause gibt es einfach gar nicht, wir setzen die Frauen stillend an den Computer oder führen Kindersekretärin, wie es ist, dass das Kind mit bei der Arbeit ist. das ist ja das Gegenmodell. In einem toll gestalteten Kinderbetriebskindergarten. Persönlich kann ich da sagen, das ist für mich keine Option. Das kann ich ganz direkt sagen. Ja, oder finde ich gut, dass die Frau Stetzer allein entscheidet, für sich selber und für ihre Kinder. Das darf sie auch. Warum nicht? Ich meine, das Beispiel, wir haben unsere Verteidigungsministerin, sie hat glaube ich sechs Kinder oder wie viele. Aber warum konnte sich das alles leisten? Ja. Weil es finanziell total unabhängig war. Ja. Und einen Ehemann hatte, der mitgemacht hat. Darf ich in diese hochinteressante Diskussion, die wir gerade führen, noch einen Impuls reinbringen, den uns bestimmte Professoren ja auch angeregt haben. Was das nämlich zum Beispiel, wenn die Mutter sich dann entscheidet, gegen die große Karriere und für die kleine Karriere und aber auch für das Kind, dass sie dann sozusagen, ja, nach unseren Vorstellungen jetzt, die wir hier intern diskutieren, die noch keine Relevanz haben für den Rat, aber so das einfach, das was wir so meinen als Bürger, ist die Grundidee, dass die Steuerleistung später, wenn die Kinder in den Arbeitsprozess kommen und dann Steuern bezahlen oder einfach arbeiten und ja, Steuern zahlen, dass ein Teil dieser Steuern, den Müttern als vorgezogene Rente gegeben wird, als Dankeschön für ihre Kindererziehungszeiten, lebenslang dann. Solange die Steuerleistung des Kindes da ist, kriegen sie auch ein Dankeschön, indem sie direkt ab dem Moment, wo das Kind zum ersten Mal Steuern zahlt, kriegen sie einen Teil davon und werden belohnt dafür, dass sie ihr Kind so aufopferungsvoll gefördert haben in seiner Kreativität und Lebendigkeit. Was halten Sie davon? Ich meine, dieses Argument jetzt, was sie bringen, dass die Mütter aufgrund dessen, dass sie Kinder in die Welt gebracht haben und diese Kinder jetzt sind groß, arbeiten, zahlen Steuern, also da muss die Mutter etwas davon haben, jetzt finanziell, von dieser Steuer. Weil wir wollen auch davon wegkommen, dass manche Mütter ihre Kinder verwahrlosen lassen. Das wollen wir wegkommen. Moment, das passiert durch Armut. Ja. Ich behaupte als Ökonom, durch Armut. 70, 80 Prozent der Fälle passiert das und ich meine, ich komme nochmal zurück auf diese Nutzen, Kosten, Analyse, was die Person selber für sich entscheidet. Ich nehme nochmal das Beispiel von meiner Familie. Meine Frau hatte vier Kinder geboren. sie hat sich für ihre Kinder eingesetzt, alle vier haben studiert, alle vier heute haben relativ hohes Einkommen und so weiter und, und jetzt kommt das Psychologische, eine tolle Mutter-Kind-Beziehung existiert immer noch. Immer noch, ja. Ich sporte schon ein bisschen, weil die Kinder immer mit ihrer Mutter telefonieren wollen und nicht mit mir. Ja. Also das heißt, die Mutter hatte für die Kinder so viel gegeben und ich glaube, das ist nicht materiell, was die Mutter, also meine Frau von ihren Kindern jetzt zurückbekommt. Das Emotionale verstehe ich, also Augenblick, darf ich gerade sagen, das Emotionale, da bin ich voll bei Ihnen, das verstehe ich, Ihre Frau hat quasi eine wunderbare emotionale Belohnung dafür, dass sie sich so viel Mühe mit den Kindern gegeben hat. Aber welche Rente bekommt sie jetzt? Alleine? Ja, Moment, sie hatte dann diese wenigen Jahre, die sie gearbeitet hat und hatte jetzt eine Rente von 500 Euro. Aber das ist doch eine Verhöhnung ihrer Leistung. Moment, sollten wir beide jetzt, ich, von ihr mich trennen lassen, dann ist sie sofort mit 50 Prozent meiner Pension dabei. Ah ja. Ja, das ist die Gesetzgebung. Aber was wäre, wenn sie nicht Professor gewesen wären, sondern jetzt zum Beispiel ein viel geringeres Einkommen gehabt hätten, dann wäre ihre Frau jetzt, dann würde die Gesellschaft die Frau verhöhnen. Oh, du dumme Frau, du kriegst jetzt 500 Euro Rente von uns, weil du dich um vier Kinder gekümmert hast. aber wenn der Ehemann 1.000 bekommt, die zweite 500 teilen die beiden. Also, wenn die 500 bekommt, der Mann bekommt 1.000, dann wird dieses Einkommen addiert und durch zwei dividiert. Dann wäre sie bei 750 in der Rente und das wäre immer noch viel geringer als das Grundeinkommen von circa 1.200, das Sie vorschlagen. Ja gut, dieses ist gesichert. Wenn die Rente unter diese 1.000 Euro kommt, sie kriegt die 1.000 Euro netto. Ja, ja. Aber verstehen Sie mein Argument? Verstehen Sie mein Argument? Ich will Mütter stärker belohnen als Laie jetzt, sage ich mal so. Ich will, dass Mütter ein Dankeschön bekommen, das auch finanziell ist. Ich habe das auch selber gespürt, dass wir kleine Kinder hatten, also unsere Kinder, vier Kinder. Ich war Assistent, ich hatte ein niedriges Einkommen. Wir hatten, aber wenn ich damals Grundeinkommen gehabt hätte, wenn ich pro Kind sozusagen 1.000 DM damals gehabt hätte zu meinem Gehalt, dann hätte man nur ein tolles Familienleben haben können. Ohne Stress. Ohne Stress und all diese Geschichten. Und genau das will ich verändern. Ich meine, ich sage das jetzt ganz offen. Das, was ich als Pension habe mit meinen Frauen, ihre 500 Euro Rente und so weiter, für uns zwei jetzt, ist viel zu viel. Dieses Geld hätte ich gerne, als unsere Kinder klein waren. Das hätten Sie gerne früher gemacht. Genau. Und das will ich mit meinem Modell erreichen. Ja. Ich muss nur noch mal die Frage stellen, denn ich höre ständig, ich habe gerade Stimmen im Ohr, also ich höre keine Stimmen, ich bin kein psychiatrischer Fall, sondern ich habe ständig höre ich im Hintergrund die Stimme, die sagt, ja, der Herr Professor und die Frau Stetzer, die möchten die Frau wieder an den Herd bannen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Das haben Sie falsch verstanden. Ja. Nein, das, was Sie vorschlagen, da ist bei mir einfach, ich finde, das ist so ein, da ist so ein Leistungsdruck ein bisschen dahinter. Das ist so, wir packen die Kinder mit an den Arbeitsplatz, damit die Frau noch weiter auch dem Arbeitgeber irgendwie zur Verfügung steht. Das ist so ein Zu-Verfügung-Stehen auch. Und dann noch... Ich stehe zur Verfügung und bringe mein Kind noch mit, aber ich stehe weiter zur Verfügung. Das hat so einen Druck, den ich eher als negativ empfinde. Und ein zweites Negativum ist für mich die Fremdbestimmung. Ja, und auch, es ist ja auch, warum ist denn nicht einfach mal die Erziehung, warum wird denn das nicht einfach mal anerkannt als Leistung? Das fände ich viel sinnvoller. Die Kindererziehung als Leistung anzuerkennen. Das habe ich doch eben gesagt. Aber nicht, indem ich es in das Arbeitsleben der Frauen integriere, sondern das ist ja so ein gesellschaftliches... Also ich habe doch eben davon gesprochen, dass die Mutter sobald, also stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt ein Kind. Sie geben sich viel Mühe, das nicht zu verwahrlosen zu lassen, weil Sie vielleicht auch ein Grundeinkommen haben, können Sie das auch. Sie haben dann ein Grundeinkommen, betreuen dieses Kind sehr gut und dann mit 15 nimmt das eine Lehre auf oder mit 25 ist es fertiger Akademiker und geht in die Berufswelt. In dem Moment zahlt es zum ersten Mal Steuern, vielleicht sogar viel Steuern, ja, als Akademikerkind. und wollen Sie nicht ab dem Moment auch ein finanzielles Dankeschön als Anerkennung Ihrer Erziehungszeit haben? Als beginnende Rente? wo das Kind klein war, das Kind hatte 1.000, in meinem Modell 1.000 Euro Einkommen, das Kind, und 1.000 Euro Einkommen die Mutter. Ja. Die haben beide zusammen 2.000. Genau. Also bis das Kind 25 wurde, kriegt dieses Grundeinkommen, wenn das Grundeinkommen nicht verloren, es sei denn, jemand verdient mehr als dieses Grundeinkommen. Jetzt muss ich die ketzerische Frage stellen, sind Sie beide gegen Belohnung für Leistung? Bitte? Ich muss die ketzerische Frage stellen, haben Sie beide etwas gegen Belohnung für Leistung? Wenn Frau Stetzer sich jetzt viel Mühe gegeben hat und aus ihrem Sohn ist ein Prachtkerl geworden und der zahlt jetzt Steuern noch und noch, hat einen tollen Job und so weiter, ist vielleicht in dem neuen Reformsystem ein hervorragender Professor von Medizin geworden, der nach dem neuen Anreizen unheimlich viel dafür tut, Hunderte von Menschen aus der Krankheit hinaus in die Gesundheit zu führen, also ein wertvollstes Mitglied der Gesellschaft im neuen System dann, warum soll da nicht die Mutter auch noch ein zusätzlich von der großen Steuermenge, die dieser Professor dann bezahlt, also ihr Sohn, Frau Stetzer, warum sollen sie dann nicht über diese 1000 Euro Grundeinkommen heraus und den kleinen Job, den sie vielleicht gerade noch so finden, nachdem sie so lange draußen waren, ja, warum sollen sie dann nicht gleich schon eine Anerkennung bekommen, schon zu Lebzeiten, eine Rente, die bis zu ihrem Tode weiterläuft, so lange ihr Sohn steuert. Ich will Sie auch daran erinnern, was Sie eingangs gesagt haben, in der Runde, Sie wollen gleichzeitig bei allen diesen Entscheidungen und Maßnahmen, die eventuell treffen könnten und so weiter, nicht aus den Augen verlieren, dass die Leistungsträger nicht die Lust verlieren zu leisten. Also die Gesellschaft muss man so organisieren, dass Leistung und Gegenleistung so miteinander verknüpft ist, dass jeder das, was er kann, auch bringen muss. Ja. Und das ist das, das ist was, ich weiß es nicht, ob Sie sich damit beschäftigt haben, das Modell Maastricht-Vertrag hat zwei Prinzipien, das die meisten Leute nicht kennen oder nicht bewusst, das haben. Zwei Prinzipien, Solidaritätsprinzip und Subsidiaritätsprinzip. Genau, das drückt das aus. Subsidiarität heißt, was der Einzelne kann, als Person, als Staat, als Gesellschaft muss bringen. Und Solidarität heißt, was aus welchen Gründen auch immer der Einzelne nicht kann, müssen die anderen für ihn das Aufbrit leisten. Also das heißt, mit anderen Worten, das haben wir in unserer Gesellschaft, nur wir realisieren das nicht so. Das ist das Problem. Frau Stetzer, Frau Stetzer, warum, wieso haben Sie nicht Lust, für Ihre Erziehungszeiten also einen Zuschlag zur Rente zu bekommen, nach der Steuerleistung Ihres Sohnes? Doch, da würde ich mich schon auch freuen. Ja. Das wäre ja eine Möglichkeit, das anzuerkennen, tatsächlich. Tatsächlich. In dem Rat wird es einige Professoren geben, die einfach tendenziell dazu neigen würden, zu sagen, wir müssen, wir finden es auch gut, wenn die Frauen sich entscheiden, eher für das Kind und dann also die große Karriere einfach mal abhaken, so wie das Ihre Frau getan hat, Herr Professor. Ja, aber meine Frau hat sie tatsächlich verloren. Das ist die Frage. Emotional hat sie gewonnen? Wenn Sie meine Frau fragen würden, dann würden Sie sagen, nein. Emotional hat sie gewonnen? Nicht nur emotional, auch aufgrund dessen, dass wir die Sache so aufgeteilt haben. Ja. Ja, und von der Gesellschaft ist sie auch abgesichert, wenn sie unter tausend runterkämen bei meinem Modell, aber auch jetzt bei dem Modell, was existiert. Aber jetzt denken Sie mal, jetzt denken Sie mal abgefangen in dem Sinne, sollte ich sagen, jetzt will ich eine viel jüngere haben und gehe ich weg, sie kriegt die Hälfte meiner Pension, ob ich das will oder nicht. Ja, halt Vorsicht, da müssen wir vorsichtig sein. Also die Belohnung für das, was Sie gelassen haben. Da müssen wir aber vorsichtig sein. Es gibt Millionen, stellen Sie sich vor, Sie hätten, Gott bewahre, ja, also bloß nicht, aber stellen Sie sich vor, Sie hätten vor 30 Jahren einen Riesenstreit gehabt und es wäre völlig auseinandergekracht, die ganze Familie und Sie hätten dann zu dem, was Sie ja nicht sind, Sie sind ja nicht so, aber stellen Sie sich vor, die Millionen Väter, die sich dann mit allen Tricks der Unterhaltspflicht entziehen und sich als mittellos darstellen, ja, mit allen Tricks sich weigern, Unterhalt zu zahlen, dann wäre Ihrer Frau zwar noch das Grundeinkommen geblieben, aber der Rest wäre weg gewesen, ja, und davor will ich die... Wieso wäre der Rest weg gewesen? Sie wäre angenommen, sie hat die Kinder und die Kinder sind groß jetzt und die Kinder verdienen viel Geld und als diese viel Geld geben, unwahrscheinlich viel Geld für die Allgemeinheit aus, also das ist eine Steuerzahler. Ja, Wieso hat die Mutter davon nichts? Aber Ihre Frau hätte dann in dem Fall nur noch das Grundeinkommen, sonst nichts mehr? Ja, gut, das Grundeinkommen, aber sie hat ihre Kinder, die das alles vielleicht dazu beitragen können und so weiter, also, wieso hätte ich dann Vorteil, wenn ich von 30 Jahren weggegangen wäre, für die Zeit hätte, war ich auch für meine Kinder verantwortlich, auch finanziell verantwortlich. Also, ich fasse zusammen, ich danke sehr für dieses total interessante Gespräch, weil wir haben hier quasi heute ein Fass aufgemacht, Sie haben uns näher gebracht zur Idee des Grundeinkommens, Sie haben das, das werden auch, die Kollegen werden ja auch dann, wenn sie es genehmigt haben, dieses Video schauen. Schatten Sie bitte die Frau Stetzer an diesem Beitrag, damit Sie auch meine Vorstellungen zu holen. Ich habe, ja, ich mail Ihnen das zu, ja, und es ist folgendermaßen, ich bedanke mich sehr für dieses hochinteressante Interview, ich muss aber schließen damit, dass wir ganz klar einige Professoren haben werden, die einfach sagen, manche Frauen bestehen darauf, Karriere machen zu wollen. Und diesen Frauen müssen wir auch die Freiheit bieten, diese Entscheidung zu treffen, ohne gleichzeitig zwangsmäßig auf Kinder verzichten zu müssen. Und da wollen wir auch, wollen diese Professoren eben auch die Freiheit ermöglichen, dass eine Frau auch sagen kann, okay, der Staat unterstützt mich so stark mit völliger Steuereinsparung, also mit Steuern, Verzicht auf Steuern, der Staat verzichtet auf Steuern, sobald ein Kind da ist, und er unterstützt sozusagen die Tatsache, dass die Frau trotz des Kindes und Babys weiterarbeiten darf, wenn sie das unbedingt möchte, wenn sie das nicht möchte. Aber nicht vergessen, dass jede Frau, wie ich vorhin sagte, diese Kosten nutzen, sie macht für sich selber. Sie betonen also noch einmal, was die Kinder bringen, was die Kinder kosten und so weiter, muss die Frau allein entscheiden und bewerten. Ja. Und das ist vielleicht die Meinungsverschiedenheit, die wir beide haben. Ich will den Frauen die Freiheit lassen, diese Muttergefühle, wenn die das Hochbewerten auch realisieren können, deshalb auch das Grundeinkommen. Was Sie uns jetzt, Herr Professor, was Sie uns heute in diesem tollen Interview als ganz zentrale Idee noch gebracht haben über das Grundeinkommen hinaus, ist, dass wir die emotionalen Gewinne der Mutter stärker berücksichtigen sollen, dass sie nämlich sehr viel Mutterglück gewinnt, sozusagen, vielleicht sogar lebenslanges Mutter- und Enkelglück sozusagen gewinnt und dass wir das ja auch mit einberücksichtigen müssen. Das ist der wichtige Beitrag dieses Interviews heute. Aber im Hinterkopf... Es gibt materielle und immaterielle Werte. Emotionale, immaterielle Werte und materielle Werte. Und wir wollen völlige Freiheit für alle Frauen, aber auch Freiheit für die Professorin und die Akademikerin. Frau Stetzer, was sagen Sie dazu abschließend? Da kann ich mitgehen. Ich gehe auch mit. Die Entscheidungsfreiheit ist, ist es ja in Ordnung. Dass diese freie Entscheidung ist für mich das A und O jede Person. Genau, damit schließen wir damit, dass wir das zwar nicht zu Ende diskutiert haben, aber dass wir uns an dem Punkt alle einig sind, wir wollen völlige Freiheit für die Entscheidung jeder Frau, ob wie sie Karriere und Kinder verbinden möchte, ob sie sich nur für Kinder entscheidet, ob sie sich schlimmstenfalls leider auch nur für Karriere entscheidet oder ob sie sich für irgendeine Mischform zwischen Kinder und Karriere entscheidet. Diese völlige Freiheit wollen die anderen Professoren in dem Rat und ich glaube, Herr Professor, damit können Sie genauso mitgehen. Okay. Alles klar. Dann danke ich Ihnen herzlichst für dieses Gespräch.